Da sitzt einer. Ach hier. Oh, ich guck schon mal auf die Karte. Ja, mach mal. Och, gleich um die Ecke. Och, das ist ja passend. Das ist schön. Alter, was da finde ich? Fette. Hä? Eine schöne neue Pump sehe ich. Hast du eine? Hast du eine? Na, ich durfte die Pump, weil Sturmgewehr ist zu wenig, muss ich. Auf Dauer. Ach so. Dann treffe ich halt X und schieße sie halt von hinten von uns. Ja, siehst du, eine neue Pumpgarn hatte ich ja auch gekriegt. Die wollte ich mir auch noch angucken, aber ist jetzt egal. Jetzt hol uns den Leutnant. Ja, mach du mal auf. Hi, Herr Leutnant. So wird das gemacht. Hast du gesehen? Nein. Frohe Weihnachten. Moment. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich entschulde dir wohl was. Da sind doch, ah, da sind doch welche. Nö, nö, aber ich nicht auf dich. Ich muss mal nachladen, warte. Ich muss mal nachladen, warte. So, jetzt mal auf, warte. Nachladen, was ist denn mit hier? Nies da. Oh. Mach du mal. Einer ist hier noch irgendwo. Ich kann dich alles auch hören. Allerdings. Ich kann dich auch hören. Warte mal, ich muss mal ein bisschen gucken hier nach Zeug. Da ist ein Medipack. Guck mal, sowas habe ich zum Beispiel gebraucht. Da oben waren im Dings nicht so viele. Abrakadabra sind unsere. Abrakadubra. Auf dem Dach. Ne. Doch. Was tut der Leutnant? Ah ja. Hallo. Tschüss. Ich will das jetzt nicht sehen. Geh weg. Erfahrungspunkte. Ja. Oh. Dass man das nicht einfach mit einmal Escape drücken weg machen kann. Das ist am nervigsten. Das ist eine neue Meldung. Also finde ich das in Ordnung. Lass doch mal den Wächter nur. Geld. Geld. Weg, 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 weg. So. Jetzt brauchen wir den dritten Schädel, ne? Äh, den zweiten. Wir haben ja erst einen, ne? Ja. Dann gehen wir zum Unterschluss. Warte mal. Ich will mal gucken, ob es jetzt geht. Es geht immer noch nicht. Ich kann es nicht auswählen. Es ist zum Kotzen. Man zieht das ja auch nicht hin. Man drückt ja einfach nur drauf, ne? Einfach auf. Ach, da steht Blutrelikt 15. Das ist, wie viel ich drinne habe, ne? Ja. 15. Ich kann das auch nicht vernichten, weil ich habe hier eins, das hat nur sieben Punkte. Und dann habe ich eins, das hat 15 Punkte. Das bringt viel mehr. Und das kann ich nicht nehmen. Kann man das irgendwie... Ich kann es auch nicht verwerten. Ich kann gar nichts damit machen. Wo ist der Herr Sibi? Ich höre hier wen schreien. Warst du das eben? Hast du eben so wie ein Mädchen geschrien? Ich bin eine Glocke. Du bist deine... Aha, erwischt. Du bist weg. Du bist unten. Oh, war eine Glocke. Geschichte. Oh nein, ich habe schon wieder V gedrückt. Ach. Bleib mal da stehen. Das machen besser die Profis. Das machen besser die Profis. Ah, F. Ah, jeden Spiel ist das anders. Wo ist die Locke? In meinem Raum. In deinem Raum? Ah, ich höre sie. Sie graben sich an ihren Versteckern. Wie Ratten, die Unrat zu den Wänden zerrennen. Klebeband. So, zurück. Hier ist nicht mehr viel. Ja, einen Schädel werden wir ja wenigstens noch kriegen, ne? Hier hat einer gemalt. Achso, hier ist ein Unterschlupf, oder? Hier war einer in der Nähe, ne? Aha. Wo ist wieder ein Wächter in der Nähe? Meinst du? Bei den Strahl hinterher. Der hat einen Strahl? Manchmal schon. Der strahlt, der Wächter. Das ist aber der, wo wir waren, der Unterschlupf, ne? Vielleicht hat der ja noch andere Missionen. Meinst du? Weiß ich nicht. Wir werden's gleich merken. Auf jeden Fall gibt's hier... Geh doch mal weg. Oh, jetzt geht das wieder los. Mann. Ich will hier was wissen. Ich kann keine Medizin nehmen. Fundsachen. Ahn. 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 Da war ja nicht viel. Ne, haben wir alles erledigt, ne? Mhm. Dann müssen wir woanders hin. Hi. Sie hat Hi gesagt. Hast du schon einen gefunden? Mhm. Was frag ich, ne? Mhm. Warte mal. Ich guck jetzt nochmal nach meiner Schrotflinte, die ich da gefunden hab. Wie die so ist. Die macht 117. Die macht 335. Da ist sie. 58 macht die. Nee, Schaden 139. Oh, hübsch. Hä? Ich kann hier gar nichts auswählen, Herr Sebi. Wenn ich auf links drücke, funktioniert nix. Ich geh kaputt. Was ist denn das hier? Ich kann auch keine anderen Waffen auswählen. Nee. Irgendwie ist das kaputt hier bei mir. Na, ist nicht so schlimm. Ich kann ja mit denen... Ich komme ja mit denen hier klar. Aber ich wollte mal die neue Waffe ausprobieren. Na, dann war der nächste Runde. Ja, muss ein Bug sein. Was? Der war über uns, ne? Kacke Wurst. Eine Sekte nach unten ziehen. Aber wir ignorieren das einfach. Wir ignorieren die Gefahr. Weil wir sind die Gefahr. Hier hat was gepiept. Ihm fehlt die Sonne nicht. Irgendwie ist das etwas. Ah, da ist ein Strahl. Warte. Vorsichtig. Und wo strahlt der? Nein. Ich habe einen Strahl gesehen. Einmal quer über die Straße. Ich habe keine Ahnung. Wir sind eigentlich schon dran vorbei jetzt. Ähm. Irgendwie. Wir sind nicht. Das ist ein Fehler. Ein großer Fehler. Warte, ich helfe dir. Sie hat ihr Getränk vergessen. Hol sie noch. Nein, ich habe es ausgetrunken. Ich hatte Durscht. Naja. Links sind für einen guten Zweck. Ja. Oh, hier ist Ebi. Oh. Ah, ich gehe raus. Oh, die Tür ist ja bescheiden. Schön. Ja, man kann nicht raufballern, ne? Oh. Doch schon. Das freut mich. Pick ihn. Der Sniper soll zustecken. Ist in Ordnung. Das funktioniert ja auch so gut. Ja, kannst du durchs Zielfernrohr genau anvisieren, wie du stechen musst. Hier ist der Unterverschlupf. Da geht die zu von mir. Das war richtig so. Ey, ich wollte das auch haben. So, dann werden wir hier erstmal... Eilmeldung. Warte. Wunderschätze kann man auch damit finden. Versteckte. Oh. Eine Fundkiste? Ne, ich kann nichts wählen. Ich kann keine andere Waffe auswählen. Ich kann gar nichts. Du hörst es, ne? Hm. So, jetzt habe ich aber genug gespielt. Hier ist Medipack. Das wird mal eine andere Aufgabe, die wir noch nicht hatten. Ja? Warte mal. Ich guck mal. Was sollen wir machen? Metamorphose. Aha. Ein blutherz eingeschlossener Vampir wird bald ein neuer mächtiger Gestalt aus ihm hervorkommen. Aha. Ein neuer Vampir. Ich brauche doch die Schrot. Ah, ja. Ah, ist ein Teddy. Da war noch ein Teddy. Hehehehe. Geht's ja weg. Ich brauche kein Teddy. Ja, natürlich. Der Teddy hat geheult, dass du ihn nicht genommen hast. Ich weiß, dass es gerade nicht leicht ist, aber könnten wir bitte das Essen richtig würzen? Genau. Okay. Ich nehme Salz und Pfeffer beim Kochen. Was ist das für ein bescheuerter Dialog? Können wir beim Essen richtig fürzen? Ich habe heute so einen Short gesehen bei YouTube. Da stand Gronkh im Laden vor so einer Alexa und die hat gefurzt. So einen richtig langen, dollen Dröhner. Er hat dann gelacht und sich versteckt und dann weiß er, was dann passiert ist, ne? Da haben sie andauernd irgendwelche Fürze sie machen lassen. Und sie hat sich gefreut. Das fiel mir ein beim Fürzen. Aua! Oh, der hat aber abgezogen. Was sind das da oben? Toter Mensch. Oh, ne Drecksau, hast du gehört? Das sind noch mehr Drecksäue. Nein, schießen sie nicht, ma'am. Und los geht's. Ah, da ist der Sack. Jetzt kommen sie. Tötet sie. Was muss man bei dem Sack machen? Einfach drausschießen auf den Kopf. Den Sack auf den Kopf schießen? Mhm. Echt am meisten Damage. Das sind natürlich die Protisten da noch im Weg stehen, ist natürlich gut. Und es ist heute noch ein wenig von ihnen gut sein. Auch diese palavraen ist nicht so schön. So geh mal ein Warnung. Estimisch. Frosch. Aua! Ah, Scheiße. Du, 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 du. Ha, 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 ha. Ich hab ein Feuerchen gemacht. Fühl mich wieder gut. Komm, ich bin einfach ins Gesicht. Einfach ins Gesicht. Oh. Noch einer? Boah, da sind noch ein paar. Lass die mal da rumschreien. Die kommen schon von alleine her. Ah. Da ist er. Boah, hier ist ein Helder mit Blut. Schlechtenblut. Oh, schon wird es schwer, Sniper. Ach, da. Ach, zwei Sniper. Nee, warum auch nicht? Oh, jetzt ist hier wieder der halbe Bildschirm weg. Das ist so dämlich. Das kann man doch nicht wegmachen im Kamm. Oh, hier ist ein Medipack. Ah, es ist voll. Jetzt sammeln wir erstmal, ne? Das haben wir verdient. So, jetzt haben wir den Blutsack. Jetzt müssen wir zum Unterschlupf zurück, ne? Das ist richtig. Würde ich sagen. Ist da Medizin drin? Ah, das ist immer noch so schön. Ah, das ist immer noch so schön. Ich hab's geschafft. Ah, hat ja auch gedauert. Hä, da waren zwei. Oh, das ist doch wohl ein Witz hier. Ich geh jetzt zum Unterschlupf. Dann muss ich eben sterben, wenn das Spiel das so will. Erben ist die Lösung. Oder ich nehm das hier. Liegen auch noch welche rum. Es brennt. Gulch. Stirbt ein. Das Scheiße für den Rest. Nicht zu weit. Und dann packt wir durch den Boden. Kannst du mal das verhalten. Ja. Findest du nicht? Jetzt schwebst du. Ja. Das ist Jesus. Nein, ich bin ein Schwebeteilchen. Oh, da flog die Waffe an mir vorbei. Die hätt mich beinahe getroffen, Herr Sebi. Kannst du dich nicht ein bisschen vorsehen? Die hätt dich nicht getroffen. Du zappelst ja da unten im Fußboden. Ja, aber nicht bei mir mich. Ah, hier ist noch Heilmittel, wenn du benötigst. Ah, ein stilles Wasser. Ah, das ist ein bisschen Unterstupf und ich zähne den Backen. Ah. Meinst du, das war jetzt? Ah, hier brauche ich nichts. Wir haben es erledigt, ne? Kommt der nächste Leutnant. Wir gehen. Ja, es ist angenommen, aber es leuchtet bei mir erst rot, wenn ich wieder reingehe. Also hier ist echt was faul. Ne? Du zappelst immer auch durch den Boden. Schön. Ich kann deine Munition nicht aufflämmen. Schipps. Jetzt schwebt er wieder. Ich möchte das gerne sehen. Sieht bestimmt gut aus. Ja, dass dich einer trifft, das ist unwahrscheinlich. Ja, die treffen mich trotzdem. Schieß den alten Sack ab, den brauchen wir nicht mehr. Jetzt kriegen wir einen Schädel, ne? Wenn wir den killen, ne? Das ist gleich hier vorne. Ja. In der Kirche. Ja, wo auch sonst? Lassen wir die Glocken läuten, die Glocken. Ah, hier ist ein Wächter oben drauf. Warte, warte, warte. Der ist da drinnen in der Kirche. So wie vorhin. Der sitzt bestimmt auf dem Stuhl. Warum? Ich hab's... Das ist ja... Das ist ja... Genialer Schuss. Hör auf dich an den Vampirern zu schweben. Hör auf dich an den Vampirern zu schweben. Einen Beschuss! Einen Beschuss! Einen Beschuss! Ich hab eine Munition aufgesammelt. Der Bauter hat mich noch nicht umgebracht. Da braucht es schon mehr! Ja! Guck mal was da ist! Das Gideon! Das Gideon! Ich hab auf Gideon schon geschossen. War das falsch? Es ist dunkel. Ich werde dich aufreißen. Ah! Ja, nein, 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 nein! Ah, hör auf! Ah, warte! Gideon, ich hab was für dich! Oh! Da kommt der ganze Dabbage hier nach! Komm zu uns, Freunde! Hä? Oblockt ihr mich? Hehehe! Ah! Ah! Was ist da hinten los? Oh, nix! Wir haben hier Spaß! Und geben Gas! Oh nein! Fetty kommt! Ich hab den Schädel mal genommen. Vorsichtshalber! Kommt Prozzi jetzt wieder! Gott! Fetty! Ah! Da will ich nicht rein! Geh weg! Oh, Mensch! Jetzt kommt wieder so ein Ding da an der Seite! Mann, hör auf! Ich find das nicht schlimm. Ja, aber, 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 aber irgendwie schlimm. Ah! Ich muss meinen kompletten Bildschirm... Dann meinte ich lieber, dass der Typ hier gleich tot ist. Ist hier irgendwo so ne olle Tante? Ne, ne? Der ist draußen, ne? Jetzt kommt da rein! Hallo! Oh, schau zu! Ein Turm! Hehehehe! Ein Turm! Oh! Mach zu mir auf! Ah! Geh doch zum anderen! Nicht zu mir! Geh doch auf dich! Was ist denn los? Ja! Okay! Dann hol ich da hin! Dann hol ich da hin! Dann hol ich da hin! Du bewegst grad auch deine Füße nicht! Übrigens! Ganz normales Verhalten! Ja! Achtung, Achtung, Achtung! Der ist wieder gleich da! Da! 10! Ich mach die ganze Zeit Flock und er haut nur! Er hat nur geboxt! Und noch nüsst'n Schroßhinter! Die ich nicht nehmen kann! Keine Sorge, ich mach das für dich! Ah! Das ist aber nervig! Ich nehm jetzt den Punkt! Ich nehm jetzt erstmal den Punkt! Fähigkeiten! Äh, äh, UV-Sättigung! Und auch... Schweifähigkeitspunkte! Das setz' sich ja gar nicht ein! Was ist denn Transloso... So, 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 so? Schocklanze! Hm! Schoklanze. Es war ja mal eine schöne Kürze, aber es war... Es war, ja, wie du sagst, es war eine schöne Kürze. Ich behalte den Punkt jetzt erstmal. Hör doch mal auf, da zu zucken unterm Fußboden. Ich brauche noch einen Medipack. So, jetzt bin ich glücklich. Wir können los. Jetzt schwebt er, dann fliegt er, dann ist er an dem Boden. Bringt viel höher, als er es sollte. Normal ist das nicht. Ich bin total normal. So, wir können schon mal zum nächsten laufen. Und dann müssen wir. So, hast du markiert? Ich hab markiert. Ja, hinlaufen schaffen wir noch, ne? Und dann können wir da ja Feierabend machen. Weil die Zeit ist, glaube ich, ran, ne? Ah, einer muss 33 wieder aufstehen. Nee, du nicht. 3.30 Uhr. Cool. Jetzt muss ich da sein und muss auch den Bus noch auslösen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, wie. Und mich mit den Lappen ins Gesicht schlagen, muss ich mir auch noch. Ach ja, so geht das ja auch. So, jetzt ist das Ding wieder aufgeladen. Was ist das hier? Hier ist ein Briefkasten. Da war ein Apfel drin. Boom. Da ist schon das Licht. Ich sehe das Licht. Siehst du auch das Licht? Nee, ich hab nur Todesgestein gesehen. Was macht der hier? Der Kopf wackelt bei mir immer hin und her. Jetzt ist er tot. Ach, stell dir mal dich vor. Warum? Ich weiß nicht. Wenn du nur noch ein Drittel deines Körpers außerhalb des Bodens hast. Ja, der Rest wird gesp... Und dabei epileptischen Anfälle. Die Sonne geht auf. Nicht so normal. Bist du schon drin? Nö. Drinne. Ob wir nächstes Mal hier drinnen spawnen, oder spawnen wir wieder in der Feuerwehr? Wir müssten hier spawnen. Das ist eigentlich ein Safe-Punkt. Ja, ne? Wir werden denn jetzt hier Feierabend machen. Hm, schon mal auswählen. Ja, hast du? Genau. Cutter, jetzt gehe ich wieder rein. Jetzt ist es ausgewählt. Boah, dein Spiel ist verbockt. Ja, aber wie? Gut, wir machen andermal weiter, ne? Ich hole mir noch Muni. Warte. So. Und mehr brauche ich erstmal nicht. Und der Sebi hüpfte die ganze Zeit rum. Ah, hier ist noch das Jägermeister. Jägermeister. Nee, das ist... Jägermeister. Mückentötolin. Ein Gin aus Insekten. Nee. Der hat einem mal geschrieben, wie das Mückentötolin funktioniert. Zum Schluss musste man die Mücke in die Hand nehmen und da musste man da einen Tropfen raufträufeln von dem Mückentötolin, aber nicht mehr. Und dann irgendwann war die Mücke tot. Cool, ne? Dann meinte der andere bloß, man hätte sie ja zerdrücken können und aber, naja. Ja, war nicht so gut. Ist was für alte Männer. Ich hab Klebeband gefunden. Dann sag ich mal, tschüss. Du hast ja sogar ein Fellkostüm, seh ich grad. Ja. Cool, wo hast du das denn her? Hier muss ich auch mal gucken. Denn, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.